Ich kann doch nicht einfach da hingehen und ihm sagen, er soll das sein lassen. Ja, wer denn sonst? Ja, aber... Ladies, ich... ja, brauche Honig. Da unten im Schrank. Da. Mhm. Äh, Sadia, setzt du dich mal bitte hin? Ja krass, guck mal, das ist mit der Miete. Guck mal, es geht nicht um die Miete. Äh, es ist früh, wenn ich draußen dunkel habe. Äh, der Mann, der hat 500 Gramm Stuhlgang gemacht. Also, er hat mir gesagt, dass er 500 Gramm Stuhlgang gemacht hat. Ich meine, 500 Gramm Stuhlgang. Also, das ist doch ein bisschen seltsam spezifisch, wenn er sagt... Jetzt kommen wir zum Punkt bitte. Sex. Du willst Sex? Nein, will sie nicht. Sie will damit sagen, du fickst so laut. Von dem Gebumse und dem Beschreier kann man gar nicht mehr schlafen. Ja, aber, also, dafür kann ich doch nichts. Ich schreie ja gar nichts. Also, ganz im Ernst. Wir haben uns eine Regel überlegt. Maximal drei Frauen pro Woche. Bei Verstoß 50 Euro in die WG-Kasse. 50 Euro? Ja, 50 Euro. Äh, 10. 40. 40. 30? Hä, 30. 30. 30. Alles klar. Ja. Jo, Leute, wie machen wir das, wenn es, ähm, eine von euch ist? Dann natürlich nicht. Oh, äh, du hast deinen Honig vergessen. Ich bin fast gelungen. Ja, Alter. Ich bin fröhend geworden.